Wegen Schwangerschaft in der Kritik Pietro Lombardis Verlobte kämpft mit den Tränen Pietro Lombardi und Laura Maria Röpper fiebern aktuell auf die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes hin. Doch die Vorfreude wird jetzt getrübt. Rund ein Jahr nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes meldeten sich Pietro Lombardi und Laura Maria Röpper erneut mit einer frohen Botschaft bei ihren Followern, die Influencerin ist wieder schwanger. Unbeschreibliche Liebe, Baby Nummer 2 kommt, verkündete das Paar Ende Januar auf Instagram. Doch die zweite Schwangerschaft von Laura Maria Röpper verläuft alles andere als komplikationsfrei. Vor einigen Wochen klagte die 28-Jährige über Unterleibsschmerzen, suchte sogar Rat im Krankenhaus. Doch nicht nur ihre Gesundheit macht ihr zu schaffen, jetzt stößt sie die Kritik ihrer Follower in ein Gefühlschaos. Lässt sich besser vermarkten Ihre Angst vor einer Frühgeburt ist groß, aufgrund medizinischer Probleme bekam sie strikte Bettruhe verordnet. Auch ihr einjähriger Sohn Leano kam 2023 rund sechs Wochen zu früh auf die Welt. Morgen habe ich den nächsten Termin beim Arzt und hoffe, dass es nicht schlimmer geworden ist, erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich zuletzt, wie von ihrer Frauenarztin angeordnet, viel ausgeruht. Doch ihre Follower sehen das offenbar anders. Laura Maria Röpper erreichen immer wieder Nachrichten, in denen ihr Verhalten während der Schwangerschaft kritisiert wird. Das will sie doch so, dass auch er früher kommt. Lässt sich besser vermarkten als alles läuft glatt oder war doch bei Leano schon so, dass du dich schonen solltest und hast es nicht gemacht, lauten nur einige Kommentare. Röpper gibt zu, dass sie solche Aussagen belasten. Vor laufender Kamera ringt sie in einem Video mit den Tränen, ihre Stimme zittert. Dadurch, dass ich Bettruhe habe, bin ich am Handy und lese mir, leider Gottes, so viele dumme Sachen durch, schildert sie ihre Situation. Sie merke immer wieder, dass sie es vielen Followern einfach nicht recht machen könne. Ich habe ein Kleinkind zu Hause, ich mache den Haushalt. Wenn man sich Hilfe holt, ist es auch wieder falsch. Zeigt man nur die heile, schöne Welt, ist es fähig. Zeigt man mal, wie es wirklich ist, braucht man Aufmerksamkeit, so die Partnerin von Pietro Lombardi. Das Paar ist seit 2022 verlobt. Zuvor war der Musiker von 2013 bis 2019 mit Sarah Engels verheiratet. Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Alessio, der mittlerweile neun Jahre alt ist.